Hey Leute, hier ist der Thomas von CozySpeed. Heute mit einem ganz kurzen Video, in dem ich mich einfach nur ganz herzlich bedanken möchte bei allen von euch, die uns geholfen haben, so eine tolle Versteigerung von unseren Prototypen zugunsten eines Straßenginderheims in Burundi auf die Beine zu stellen. Da sind über 2.000 Euro zusammengekommen. Das ist echt verrückt. Und wir haben gedacht, vielleicht kommen wir bei 500 Euro an, wenn es richtig gut läuft, bei 700, aber 2.000 Euro, das ist echt krass. Ihr seid wirklich super. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen von euch, die uns nette E-Mails geschrieben haben oder Nachrichten zu dem Projekt, die das auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt haben oder wie zum Beispiel der Stefan Wiesner in seinen Wiesner News. Natürlich bei allen, die mitgeboten haben bei Ebay und ganz besonders natürlich bei denjenigen unter euch, die letztendlich einen Zuschlag bekommen haben und jetzt einen Prototyp bekommen. Natürlich auch beim CozySpeed-Team und dem Team von Burundi Kids, die das auch toll umgesetzt haben. Euch allen ganz herzlichen Dank. Ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Und ich muss auch ganz einfach sagen, es ist nicht nur so, dass wir uns total freuen, dass wir jetzt 2.000 Euro an das Straßenkinderheim im Burundi spenden können oder dass das dort ankommt, sondern es ist auch eine totale Motivation für uns, wenn man weiß, dass so viele tolle Leute wie ihr hinter uns stehen. Also, euch alles Gute. Vielen Dank. Euer Thomas.